So, jetzt können wir. Okay, ich, äh, nehm's gleich mal an. Ja. Äh, Entschuldigung, ich hab aus Versehen abgelehnt. Nochmal. So, starten. Ich hab nicht mehr was gedrückt, ich bin da nur reingelaufen. Gut zu wissen. Okay, ähm, Puppenflug kannst du ja aktivieren. Und ich hab schon 585 reingebracht. So. Ähm, warte mal. Nee, das war's nicht, was ich wollte. Noll, durch das Rennen. So, jetzt hab ich schon meine Moves drauf. Hey, ich mach ein Rad. Noll, ist das easy, echt das erste. Total easy immer. Ja, gleich mal 29 hier gemacht. Ich 24. 38 und noch nicht beendet. Ich schon, scheiße. 103? LoL. LOL. Alter, wie hoch der mich geworfen hat. Ahahahahaha. So, 153.000. Also, wie gesagt, das ist hier im Vierer so easy, da denkt man sich, wieso hat man sich so schwer getan im Dreier. 64? Ja, hab ich auch. Wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die neue, du bist ja aus der Bonuszone, ne? Ich nutze die ganze Map. So, komm, noch ein bisschen. Yo, 200. Ich kann das jetzt gerade nicht so, ne? 294.000, 95.000. Bonuszone für den Arsch. Die Welt ist meine Bonuszone. Was ist das? So, 653 geht jetzt. Ah, kommen da Autos? Auch wenn er dich rennt, selber drauf. 100.000. Oh, da geht er voll ab, Alter. So. Ahahahahaha. Wie springst du da vorne mal, oder wie machst du das? Ne, ich renne gegen ein Auto. Puppenflug, oder beziehungsweise kurz vor dem Puppenflug, auf fahrende Autos zu rennen, ist da am besten und fliege einfach. Ah, ich bin froh. Alter, ja, aber das ist echt voll easy gemacht. Ja. Das einzige, was halt krass ist, sind halt die Punkte. Aber, aber, naja, das überlebt man schon irgendwie. Warum mache ich das? So. So, auf das Auto landen. So, das Auto. Dann, drehen wir uns mal weiter. Die Welt dreht sich weiter. Oh fuck Dirk, wir schaffen das nicht. Ach, entspannt. Wie entspannt. Wie entspannt. Solange der Run anhält. Nein. Ah fuck, so knapp, so knapp, 7000 haben gefehlt. Ach ne, klar. Ach ne, wahrscheinlich nicht die Goldene. Nein. 7000. 7000. 7000. 7000. Ja, ich habe die am Ende nochmal, die 7000. Also das, weil, du weißt, was das heißt. Nochmal. Nochmal, das mache ich nochmal. Ja. Ja. Jetzt weiß ich wenigstens auch Bescheid. Ja. Ja, einfach ein Rad schlagen. Einfach ein Rad. Einfach ein Rad schlagen. Einfach ein Rad schlagen. Einfach ein Rad schlagen. Ja, genau. Okay. All der Autos eignen sich nicht gerade dafür. So. Ich verfolge ein Auto. Meine Leiche verfolgt ein Auto. Sie hat dich jetzt. Wuh. So, wo ist es? Wo ist es? Hier, da will ich landen. Oh Mann, da mache ich ja voll wenig Punkte, wenn ich nur auf den lande. Auf den Bullen. Ja, ja. Das schafft Vertrauen für die Bullen. Oh fuck. Wow. Alter, wo hat denn der mir jetzt nicht... LOL. Bleibst du auf dem Auto liegen einfach oder was? Ja. 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 Also auch scheiße. Wow. Ja, hi. Hi. Wow. Also letztesmal war es irgendwie einfacher. Yay. Das ist doch wieder mal ein geiler Flug. So. Oh, Mann. Ah, jetzt bin ich wieder hoch genug. Jetzt kann es weitergehen. Oh, oh. Ich bin auf irgendeinem Laster. Und du, oder die ganze Zeit. Meine Punkte ist aber... Nochmal 38.000. Oh, eine Datensammlung. Kann man ja mal mitnehmen. Oh ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Oh, Mann. So. Fuck me! Ha, ha. Ha, ha. Why do I do this? Alter, okay. So wie zum Thema, es war einfacher als letztes Mal. So, komm. Alter, das wird nix. Nein. Komm, komm. Komm. Da geht noch was. Nein. 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 Ich glaube, ich habe schon, aber ich mache weiter. Ich glaube, ich habe schon, aber ich mache weiter. Jetzt habe ich aufhört. Wir haben's. Jawohl, Alter. Sieh, über 700.000. Ich habe das nicht hergekriegt. Bei mir sind zu wenig Autos gewesen, ey. Na, keine Ahnung, wie lange der Flug jetzt war. Jawohl, Alter. Einfach ein Ratschlag. So, jetzt fehlt aber immer noch eins. Äh, was fehlt noch? Ähm. Meines Wissens war noch einer von diesem Nebenauftrag. Panzer für dich heißt das. Ja. Äh, folgst du mir? Siehst du es? Siehst du es nicht? Ja, die zwei da. Auf der Karte. Wie, die zwei da? Ne, ne, ne. Ja, da waren die zwei auf der Karte. Warum, warum ballern die mich schon wieder an? Ich habe nichts gemacht. Glaub mir. Ja gut, folg mir einfach. Äh, kurz noch einen Blick. So, jetzt folge ich dir. Ach, da sind wir ja schon. You ready? Okay, ja. Ähm, ja, was gibt's? Ich habe wirklich nichts gedrückt. Ich bin da rein und da... Ja, ja, ist gut. Ja, das ist gut. Jawohl. Panzer-Time, Panzer-Time. All the good things are Panther-Time. Ja, genau. Sorry, I don't play it well with others. So. Gut, dann gehen wir mal hier um die Ecke. Schauen wir mal. Das sind ganz viele Kuscheltierchen. Ich liebe Kuscheltierchen. Ich habe sie alle erwartet. Finde ich nicht geil. Nein. Okay, dann nicht. Hm. Er ist anderer Meinung. Wo sind die denn alle? Oh Gott, hinter uns ist... Oder hinter mir ist ein Panzer. Echt? Hinter dir ist ein Panzer? Cool. Ja, da war einer, ja. Hat irgendwer weggemacht. Ich weiß nicht. Naja, ist klar, ne? Warte, ach, das bist du. Ich habe bisher keinen Panzer weggemacht. Ich habe Videobeweis gehabt. Ach, dieses Auto, das... war unter mir so bequem. Heli. Irgendwo ist hier ein Heli. Ah, da. Okay, ähm... Zeig dich. Ich kann dich nicht so wegmachen, du Kack-Heli. So. Fuck. Das wird, glaube ich, echt wenig schwer. Blöder Heli. Wow. Ja, ja. Sau geil. Heli ist weg. Das ist super. So, gut. Dann haben wir hier Bus noch. Gut, was können wir noch dezimieren? Da ist ein Auto. Boah, das schaffen wir, glaube ich, nicht mal ganz Silber. Ja, ich sehe es. Na, Silber haben wir wenigstens geschafft. So ganz knapp noch was? Ja, ganz knapp. Oh mein Gott. Wollen wir nochmal versuchen, oder? Nee. Ich weiß nicht. Wir machen halt jetzt dann nur Nebenmissionen. Vielleicht können wir nochmal eine normale machen. Weißt du, wie ich mein? Hm. Na toll. Jetzt kommen wir aus der Ladewagen. Halbautomatische Schriftflände. Halbautomatische Schriftflände. Oh, ah! so ist meine automatische nicht rufländer nicht dabei ich habe das bin aufgebessert deswegen auch gebessert alles so lerne die regeln also erst mal ein folg wo die maske menschen jetzt jetzt können wir gleiten wie gesagt wie kann ich denn gleiten muss erforschen okay das ist nur luftstrom leicht ein richtiges gleiten aber trotzdem es kommt ähnlich genug hin was ist denn das hier das ist so eine datensammlung so ein komplettes ding so eine kugel ist sie eingeschlossen so eine kugel ach genau das kannst du später machen wenn du mehr fähigkeiten hast tschuldigung ja ja ich nehme es persönlich wie bin ich denn ach tap ja so kräfte super sprint band laufen wo kann ich gleiten luftstrom das ist so halt leicht leichtes gleiten in dem sinn ist war nicht ganz genauso wie gleiten aber es kommt heute auch auch dahin muss man ja ich bin und so wie so langsam weißt du wo es lang geht ja bei mir die markierung angezeigt von daher das ist unfair wie sie nicht ja inzwischen noch was einsammeln ja mache ich auch ja wie gesagt also da hat man relativ schnell ein gutes polster zusammen ich habe es bei meinen früheren spielstand ungefähr so gehabt dass ich ja habe ich etwas neues freigeschaltet habe ich das gleich mal mit fähigkeiten vollgepumpt bis zum geht nicht mehr ich hatte genug also ich habe mich auch so 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 der regelrechte wetteifer ja könnte man meinen aber zum glück zählt es ja für uns beide also wir erspannen uns die arbeit des anderen dadurch hier natürlich hat es ist also es trug es ist gerade mehr so ein bisschen so ein datensammlung sammeln na ich warte hier war um erstens so wieder bargeld hole ich mal kurz mal kurz kinsu unterbrochen jetzt da ist leiden das ist jetzt unfair nur weil ich zu hoch gesprungen bin spiel ist manchmal gemein so so wollen wir gleich mal rabats machen ja ich will ja ok naja weiß ich gebe einen headshot und der rennt jetzt erstmal weg was ist falsch wie machen wir das kaputt ein kleines minigame aaaaaaah ee halten deaktivieren er sogar was natürlich auch nennt so auf zum nächsten da ist ja auch was so ich deaktiviere es mal kurz du machst du dich um die anderen die Sonnenbefände sind ach shit na gehen wir mal ein hauptschild ich kann das machen oh oh das war vielleicht nicht die beste idee ich bin doch schon da ja und da kickt mich weg in die Ritze rein aua ich hasse die Typen mit dem Schiff was ok die umrennen oder wie ist das versuchen wir es mal hier bam umgerannt ich mache eine schnee kaputt ok gut bamm bamm hu done um ich zeige dir ein paar strange readings close to you ok fiery rain can't be a good sign oh yeah das ist geil fett was denn der muss aufpassen der hat special power aber das absorbieren das ist geil so gut problem ist ich müsste mal muni irgendwann mal wieder kaufen au au ich dachte er geht auf dir nein geht er nicht ah man ich da da denk mal einmal huh ja bist du rechtzeitig weg sprung und dann der scheiß ah man soo jetzt gehts hier an den Kragen mein Freundle hey hey wo springt er hin so hua jawoll bam wieso verschwind ich in dem Teil oh oh weh 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 aah was was das ist ein Russ hey es funktioniert ja bravo vielleicht haben meine Warden dich überwiesen ich werde sie nicht den gleichen Fehler machen äh das kann nicht gut sein vergiss mich, Kinsey wie soll ich einen dieser Trainingsrund für mich ich denke ich kann das und wer ist denn dieser Typ mit der dunklen Stimme mit der Tiefen äh Zerniak der uns alle entführt hat ach soo stimmt ja jetzt kann man überlegen rüste dich mit einem Eisblast aus mit F1 und jetzt danke schön wenn man weiß wie es funktioniert ich muss das auch mal kurz aus testen wieso kann ich bei danke ok vereisse ich dich auch mit ja was meinst du warum ich hier so umstehe hier ja dass hier in hier wie im in ich in den Am UFO.. Was? LOL helaはい LoL Äh Ah vem Oh i cant D Ah mann bei mir hat man nichts gesehen von denen Zimniak hat das Schild an den Wartungs-Code gelegt. Oh oh. Ich glaube, du hast ihn aufgelöst. Was anderes ist neu? Warum kann ich ihn umgekehrt? Du brauchst etwas mehr Waffe als eine Waffe. Also, benutze deine Super-Power, um die Schild für eine kurze Zeit zu verabschieden. Dann kannst du ihn anbauen. Ja, Entschuldigung. Au! Ja toll, jetzt hat er die Waffe geändert. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Sauber. Oh, was? Das funktioniert ziemlich gut. Obwohl die reale Sache vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Oh, du, es gibt Elemente, von denen dachtest du nicht, dass es die gibt. Ja, super. Ja, das wird ja... Freue ich mich hier drauf. So. Machen wir mal hier kurz einen Cut. Ich muss doch mit dem Hundy raus. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, ich wollte mal was ausprobieren. Jetzt warte doch mal auf drei. Warte mal, erst mal, was ist denn das hier? Kriegen wir das hier schon raus? Warte, probieren wir halt mal. Ne. Ich glaube, da braucht man ein anderes Element dafür. Warte mal. Blast. Upgrades. Elemente. Feuer, Gedankenkontrolle, Explosion, Bling. Bitte was? Oh. Ähm, warte, warte, warte. Oh, das sind doch nicht mal alle drin. Oh, das ist interessant. Ein, was will ich jetzt nämlich noch probieren. Also zwei Sachen eigentlich. Okay. Ich kann gleiten! Yes! Das ist ein Schlüpper! Ah, du... Ah, jawoll. Wo bist du? Warte, warte. Hui! Ne, warte, auf drei. Wir, wir, wir... Freezen uns gleichzeitig, ja? Q war das, ne? Äh, ja, bei mir halt auf der... Controller. Ja, okay. Also auf drei, okay? Das ist BW. Also eins, zwei, drei. Okay, das war zu früh, oder? Ja. Ich hab... Ich hab nichts gedrückt jetzt. Ja, wahrscheinlich vom letzten Befehl noch. Warte. Wir müssen aber synchron probieren. Eins. Warte. Ja. Jetzt geht's. Eins. Zähl. Zwei. Drei. Jawoll! Das funktioniert sogar wirklich. Ja, und, äh, damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal mit, äh, Drama Queen und Anzug Man. Jawohl. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye.